Ja, also ich kann das nur empfehlen. Das sind sehr interessante Körperprozesse. Ich kann nur sagen, zum Beispiel bei dem Facelift-Prozess, der hat mir ein Gefühl von Expansion. Also mein ganzes Gehirn fühlt sich ganz anders angegeben und die Prozesse, die arbeiten noch. Aber ich denke, dass das wirklich sehr interessant ist. Also auch, wie tief man sich entspannen kann in diesen Prozessen und was man anderen Menschen weitergeben kann.